Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nicht der Weisheit letzter Schluss. Dieses Mal geht es in einer neuen Folge von Linux begreifen um Paketverwaltung. Wie das Ganze unter Debian funktioniert, ein bisschen zu dieser Serie Linux begreifen, also worum es nicht geht. Es ist nicht dafür da, dass ihr jetzt euren Desktop besser einrichten könnt, dass das alles schicker aussieht, sondern ich werde sehr viel auf der Kommandozeile euch zeigen, wie man wirklich mit Kommandozeilenprogrammen umgeht, wie die Parameter sind, was da passiert und so weiter. Also nichts für Clicky-Bunty, darum geht es hier nicht, sondern es geht darum, euch viele Dinge einfach mal näher zu bringen. Die Hintergründe und eine Menge Grundlagenwissen steckt da drin, natürlich mit Praxisbezug. Und dass ihr eure Fähigkeiten auf der Kommandozeile ausbaut bzw. dort einsteigt. Je nachdem. Und das Ganze funktioniert heute komplett ohne grafische Oberfläche. Ich werde zwar vieles unter dem Linux Mint zeigen, aber das Einzige, was ich öffne, ist die Konsole. Also von daher braucht man den Grafikmodus eigentlich auch nicht, aber lässt sich halt besser zeigen. Neben den Videos, die es in meinen Kanälen gibt, mache ich auch Schulungen und Workshops, entweder online oder direkt vor Ort bei euch. Wenn ihr mich dafür bucht und da gibt es verschiedene Dinge, die wir da machen können, prinzipiell alles so aus dem Linux- und Open-Source-Bereich, kann ich mir angucken und dann mache ich für euch eine Schulung oder einen Workshop dafür. Wenn ihr das Ganze hinterher nochmal zum Angucken haben möchtet, mache ich daraus auch gerne ein Video. Fragt einfach mal an über mein Kontaktformular und dann gucken wir mal auf, wir da irgendwie was zusammen machen können. Im Laufe der Zeit ist eine Menge an Basisschulungsmaterial zusammengekommen. Das heißt bei mir Administration von Debian und Co. im Textmodus. Und das gibt es für euch kostenlos zum Runterladen. Der Link steht hier unten drin. Und wenn ihr euch die Folien anguckt, dann könnt ihr es natürlich direkt angucken. Und die Folien sind verlinkt unten in der Videobeschreibung. Fangen wir mit was ganz Grundlegendem an. Stichwort Paketverwaltung. Bei Distributionen, das ist so eine Zusammenstellung von verschiedenen Softwareprojekten in einem installationsfähigen Format, sodass ihr es auf einem Rechner installieren könnt. Und im Laufe der Zeit, wenn ihr dieses Betriebssystem bzw. die Distribution verwendet, dann könnt ihr auch im laufenden Betrieb Software nachinstallieren oder Software, die ihr nicht mehr haben wollt, wieder entfernen. Das Ganze natürlich aktualisieren, damit es immer auf dem selben Stand ist. Da gibt es die Paketverwaltung. Das ist so eher der typische deutsche Begriff. Oder Package Manager, worüber man das Ganze macht. Die Aufgaben von so einer Paketverwaltung sind das Herunterladen eines Softwarekatalogs aus dem Internet. Da ist dann verzeichnet, welche Software es in welcher Version gibt, wie viel Platz beim Installieren benötigt, wie viel runtergeladen werden muss in Megabyte, Kilobyte und so weiter und eventuelle Abhängigkeiten, die eine Software hat. Das steht da alles drin im Softwarekatalog. Und da steht auch drin, von wo diese Software aus dem Internet runtergeladen werden kann. Also das ist so ein Inhaltsverzeichnis mit sehr vielen weiteren Informationen. Das braucht eure Paketverwaltung erstmal, damit die überhaupt arbeiten kann. Denn die muss ja wissen, was gibt es überhaupt, damit sie euch was anbieten kann. Die Paketverwaltung kümmert sich auch um den Bezug von Paketen. Üblicherweise heutzutage werden Pakete aus dem Internet runtergeladen. Man kann aber auch zu Hause sich einen eigenen Mirror hinstellen. Also einen Server, einen Web-Server üblicherweise, wo die Pakete richtig einsortiert sind. Man braucht da so eine Struktur für. Und dann kann das lokal installiert werden. Gibt aber auch die Möglichkeit, dass man wirklich lokale Medien hat. Zum Beispiel auf einer DVD, einem USB-Stick. Da sind dann Pakete drauf. Und wenn man diesen Softwarekatalog, der immer zu so einem Paket-Repository, so ist der Begriff dafür, gibt, dann kann er das auch in seinen Gesamtsoftwarekatalog aufnehmen und von dort Pakete installieren, wenn die auf einem Medium drauf sind oder vielleicht auch auf der lokalen Festplatte. Die Installation bzw. Deinstallation ist eine Hauptaufgabe von einer Paketverwaltung. Also installieren, deinstallieren von Software. Das kann man immer im laufenden Betrieb machen. Dann natürlich die Aktualisierung von bereits installierter Software, damit ihr da immer auf dem letzten Stand seid. Wegen Sicherheitslücken, wegen Korrektur von allgemeinen Fehlern. Das ist das Übliche, was so passiert. Oder auch Installationen von neuen Versionen. Wobei Debian und Ubuntu, Linux, Mint, das sind Distributionen, die versuchen, den Versionsstand einer Software beizubehalten. Die korrigieren Fehler und auch Sicherheitslücken, aber versuchen eigentlich den Stand der Software innerhalb von so einem Release-Zyklus gleich zu behalten, damit ihr da keine Probleme kriegt und damit bei einem Update keine neuen Dinge mit reinkommen, die vielleicht eure bisherige Konfiguration irgendwie ankratzen würden. So eine Paketverwaltung kümmert sich auch um die Konfiguration beziehungsweise um so eine Basis, eine Grundkonfiguration von der installierten Software. Also es gibt auch so Konfigurationsdialoge bei einigen Paketen und da könnt ihr ein paar Sachen einstellen. Die Paketmanager, Paketverwaltung gibt es sowohl auf der Kommandozeile, das gucken wir uns heute an, und es gibt auch verschiedene grafische Oberflächen, so wie so ein Software-Shop, da könnt ihr drin suchen, da bekommt ihr noch meistens ein buntes Bild dazu, eine Beschreibung und so weiter und so fort und dann klickt ihr euch da durch und dann habt ihr das auch. Aber auf der Kommandozeile ist das Ganze so ein bisschen interessanter, weil man deutlich mehr sieht und die Hintergründe wirklich besser begreifen kann. Darum machen wir das Ganze hier. Heute wundert ihr euch vielleicht, warum oben und unten so ein grauer Balken ist. Ich befinde mich schon in der virtuellen Maschine, wo ich das Ganze zeigen werde und ja, ich bin da in so einem Browser direkt schon drin. Soviel dazu, weiter zu den Grundlagen. Ein Paket, was ist das überhaupt? Ein Paket ist ein komprimiertes Archiv mit Verwaltungs- und Skriptdateien sowie einem Datenanteil, was die eigentliche Software ist. Wir haben in so einem Paket verschiedene Verzeichnisse, wo Informationen, also Dateien abgelegt werden, die anders interpretiert werden. Wenn man so ein Paket auseinander nimmt, also man kann so ein Debian-Paket auch entpacken und dann haben wir so ein Debian-Verzeichnis großgeschrieben und dieses Verzeichnis ist ausschließlich dafür da, um Verwaltungsinformationen zu speichern. Das sind Paketinformationen, die stehen in der Datei Control. Da steht zum Beispiel drin, wie das Paket heißt, welche Abhängigkeiten es zu anderen Paketen hat, wie die installierte Größe ist und so weiter und so fort. Und dann haben wir auch noch Konfigurationsdialoge, die euch angezeigt werden, wenn ihr das Ganze auf der Konsole installiert. Es gibt auch irgendwie eine grafische Variante, die ich aber in Live noch nie gesehen habe. Üblicherweise seht ihr im Textmodus dann unter Debian so einen blauen Hintergrund und dann so Textmodus-Konfigurationsdialoge, wo ihr dann verschiedene Dinge gefragt werdet, je nachdem, welches Paket ihr installiert. Bei Ubuntu ist das Ganze lila und das wird in der Datei Templates gespeichert. Also da sind diese einzelnen Dialoge drin in verschiedenen Sprachen, üblicherweise auch mit den einzelnen Punkten, die auch einzeln übersetzt werden können. Und da steht dann drin, ist das so eine Ja-Nein-Frage oder ist das eine Auswahlfrage oder Freitextbereiche gibt es halt auch, wo man was eintragen muss. Das wird alles in dieser Templates-Datei definiert. Mit dem Anzeigen von diesen Dialogen ist es allerdings noch nicht getan, damit diese Werte, die ihr dort eingegeben habt, beziehungsweise das, was ihr ausgewählt habt, das wird in einer Konfigurationsdatenbank der DEP-Conf abgespeichert und durch verschiedene Skripte können diese abgelegten Werte, also die Antworten auf die Fragen, die ihr gegeben habt, wieder ausgelesen werden. Und da gibt es Skripte für die, ja, stimmt haben wir auf der nächsten Folie, also die vor, nach der Installation, vor, nach der Deinstallation durchlaufen und dann Dinge direkt im System konfigurieren. Dann alles, was außerhalb von diesem Debian-Verzeichnis ist, wird direkt ins Dateisystem entpackt, unter den Schrägstrich, also in das Wurzelverzeichnis. Und, ja, da ist denn die eigentliche Software drin, mit den ausführbaren Dateien, vielleicht mit Hilfetexten, mit Grafiken, die dafür gebraucht werden und so weiter und so fort. Die bereits erwähnten Skripte sind auch unter diesem Debian-Verzeichnis und da gibt es das Post-Inst, das wird nach der Installation ausgeführt, dann gibt es das Post-RM, nach der Paket-Deinstallation, dann haben wir noch Pre-Inst, vor der Installation, beziehungsweise noch Pre-RM, bevor das Paket deinstalliert wird. Und all diese verschiedenen Skripte, die können drin sein in so einem Paket, muss aber nicht sein, und die werden zu den speziellen Zeitpunkten ausgeführt und können auf diese Debian-Konfigurationsdatenbank, auf die Depconf zugreifen und dann das System konfigurieren, also Werte rausnehmen und zum Beispiel über die Post-Inst-Konfigurationsdateien schreiben mit den Werten, die ihr über diese Dialoge eingegeben habt. Und das Gegenstück wäre so etwas wie Post-RM, das vielleicht wieder aufgeräumt wird, dass Konfigurationsdateien wieder zurückgesetzt werden oder dass Dinge gelöscht werden, die nicht von den Dateien, die in diesem Bereich, der nicht zu Debian gehört, drin sind. Das wird automatisch entfernt beim Deinstallieren und ja, dann habt ihr hinterher wieder ein System, was so ist, wie es mal gewesen ist, bevor ihr dieses Paket installiert habt. Also das ist so der Gedanke dabei. Dann habe ich auch schon in der Vergangenheit ein bisschen mehr gemacht zu Paketen und Paketverwaltung. Guckt euch einfach die Folien an, die sind verlinkt in der Videobeschreibung und guckt gerne mal bei den einzelnen Punkten hier vorbei und geht auf den jeweiligen Link. Also alles, was blau ist, ist ein Link. Paketverwaltung gibt es quasi auf verschiedenen Ebenen. DPKG ist so das Kommandozeilenprogramm auf unterster Ebene. Das kann einzelne Debian-Paket-Dateien mit der Endung .dep üblicherweise installieren, Informationen zu vorhandenen Paketen ausgeben, auflisten, was in einem Paket drin ist, also welche einzelnen Dateien und Verzeichnisse da drin sind. Aber es kann selbst keine Pakete herunterladen oder Abhängigkeiten auflösen. Das ist so Paketmanagement auf sehr tiefer Ebene, ohne den Komfort, den man eigentlich haben möchte. Also das braucht man üblicherweise nicht unbedingt. Aber es ist natürlich gut zu wissen, dass es das gibt. Im Falle eines Falles ist es vielleicht wirklich das, was man braucht. Darum gehen wir hier mal auf grundlegende Funktionen ein. DPKG ist das Kommando selbst und mit "-i", sagen wir installieren. Und da können wir dann eine Paketdatei oder mehrere installieren. Dann werden die entpackt, dann laufen diese Konfigurationsskripte durch. Wenn sie da sind, da werden euch die Dialoge angezeigt, falls es welche gibt. Und dann wird hinterher das Paket installiert. Sollte dieses Paket allerdings Abhängigkeiten benötigen, die nicht schon installiert sind, dann kommt es zu einem Fehler und sagt dann, naja, ich kann das nicht installieren, weil die Abhängigkeiten XY, ABC fehlen. Und dann gibt es einen Fehler und das Paket wird nicht richtig installiert. Also von daher, DPKG solltet ihr üblicherweise nicht verwenden, aber es gibt immer so Fälle, wo man es halt trotzdem braucht. Dann gibt es natürlich das Gegenstück mit dem "-r", zum Deinstallieren von einzelnen Paketen. Da gebt ihr dann den Paketnamen an, also vom ersten Paket, vom zweiten Paket, vom dritten, vierten, fünften. Könnt ihr so eine Kette bilden. Und dann werden die Pakete auch deinstalliert. Neben dem einfachen Deinstallieren hier, gibt es auch eine komplette Deinstallation von Paketen, die auch die Konfigurationsdateien, die eventuell mit angelegt werden, auch wieder entfernt. Das kann eine Variante sein, wenn ihr diese Pakete oder dieses Paket wirklich komplett loswerden wollt, um es nochmal neu zu installieren, weil ihr irgendwas da kaputt gespielt habt. Und das ist so der Komplett-Reset. Also mit dem "-p", für Purge, könnt ihr das komplett entfernen und eben auch die Konfiguration. Über dpkg-minus-get-selections könnt ihr gucken, welche Pakete überhaupt installiert sind. Das mache ich jetzt auch mal kurz. Und wenn ich das hier einmal auf meiner Konsole einfüge, dann bekomme ich hier so eine Liste mit den Paketen, die installiert sind. Beziehungsweise in der Liste sind auch Dinge drin, die bereits wieder deinstalliert wurden, wie hier der Systemd, time-sync-d. Den habe ich irgendwann mal entfernt. Und in dieser Konfigurations-Datenbank, in dieser Paket-Datenbank, da stehen auch diese Konfigurations- und Installationsschritte drin, beziehungsweise auch die Deinstallationsschritte. Also von daher habt ihr hier nicht bloß Install, sondern manchmal auch ein Deinstall mit drin. Damit bekommt ihr auf jeden Fall so eine Übersicht, dass ihr gucken könnt, ja, was ist da überhaupt alles drauf auf meinem System. Dann können wir uns auch angucken, was so in einem Paket drin ist. Das beinhaltet dann die Liste mit den Dateien und Verzeichnissen, die die eigentliche Software sind, also nicht das, was unter diesem Debian-Verzeichnis ist. Und das geht über das große minus L, also dpkg minus L. Da gucke ich mir jetzt mal kurz einen raus. Wenn ich jetzt gleich mal MINT-Kammen nehme, dann haben wir ja diese Auflistung, was alles in diesem Paket drin ist. Also was quasi vermerkt ist in einer weiteren Datenbank, was zu diesem Paket dazugehört. Und wenn jetzt ein weiteres Paket dazu installiert würde, was irgendeine Datei hier auch mit enthält, die jetzt in diesem Paket schon registriert ist, dann würde das auch zu seinem Fehler kommen und sagt, nee, das geht ja gar nicht. Zwei Pakete, die dieselbe Datei mitbringen, das passt irgendwie nicht. Das kann ich hier nicht entpacken. Das ist ja schon da. Und diese Datei gehört eigentlich schon dem Paket XY. Wir können auch den umgekehrten Weg gehen und mal das Paketverwaltungssystem fragen, zu welchem Paket gehört eigentlich die Datei XY. Das machen wir über dpkg minus großes S und dann Dateiverzeichnis, was wir suchen möchten. Und wenn ich das jetzt mal so kopiere und einfüge und jetzt mal das hier einfach nehme und dann einfüge, also mit Markieren und der mittleren Maustaste könnt ihr Dinge einfach so einfügen. Einmal Enter drücken und dann bekommen wir raus, es gehört zu dem MINT-Kammen-Paket. Ja, also genau das, was wir haben wollten. Das ist so eine Rückwärts-Suche. Wenn wir jetzt Informationen zu einem bereits installierten Paket abfragen möchten, dann gibt es das kleine minus S und das listet uns verschiedene Dinge auf. Gucken wir uns das auch nochmal an. Da machen wir einfach mal ein kleines S draus und da steht dann drin, wie das Paket heißt, wie der aktuelle Installationsstatus ist. Also es soll installiert werden, hat funktioniert und es wurde installiert. Also das ist eigentlich der Zustand, den man gerne haben möchte. Dann steht eine Priorität da drin, zu welcher Abteilung das in diesem Softwarekatalog gehört, wie groß die, wie viel Platz das Ganze braucht nach dem Installieren, dann wer der Maintainer ist, für welche CPU-Architektur das Ganze gedacht ist, ob das jetzt x86 oder AMD64 ist, das steht da drin oder wenn da All steht, dann kann man das auf jedem System installieren, unabhängig von der CPU. Wenn das einfach nur Skripte sind, die keinen Maschinencode enthalten, steht da halt All drin oder vielleicht Grafiken sind oder Hilfetexte, die sind unabhängig von der Architektur. Dann haben wir hier noch die Versionsnummer, welche Version das Paket gerade hat, was installiert wurde. Dann haben wir hier noch unter Depends, die Abhängigkeiten, was das Paket braucht, damit die Software, die da drin ist, auch ausführbar ist. Das ist so eine Liste mit verschiedenen einzelnen Bibliotheken, die einfach gebraucht werden. Und dann haben wir unter Description noch die Beschreibung, wobei das, was in derselben Zeile wie Description steht, die Kurzvariante ist. Die darf wirklich bloß eine Zeile lang sein. Und dann können beliebig viele Zeilen noch kommen, wo noch mal genauer ausgeführt wird, was daran nun besonders toll ist, was dieses Paket alles kann. Wichtig dabei ist, dass es immer mit einem Leerzeichen anfängt und da können sehr viele Zeilen drinstehen. Und das Paketverwaltungsprogramm, was ihr verwendet, das gibt euch entweder das hier aus oder denn das, was hier so als mehrzeiliger Text steht. Bringt so ein Paket Konfigurationsdialoge mit, dann könnt ihr die auch nachträglich noch mal ändern, indem ihr diesen Konfigurationsschrift noch mal anstoßt. Das macht ihr über dpkg-reconfigure. Also das wird auch wirklich zusammengeschrieben. Also das gehört so. Und danach kommt der Name des Paketes, was ihr noch mal neu durchkonfigurieren möchtet. Dann werden euch wieder die Dialoge angezeigt und dann wählt ihr aus, was ihr haben möchtet. Und nachdem ihr dann auf OK geklickt beziehungsweise OK ausgewählt habt, da laufen dann noch mal diese Installationsskripte, also dieses Post-Ins noch mal durch und konfiguriert das Ganze noch mal neu wieder durch. Mit dem dpkg werdet ihr euch üblicherweise nicht rumschlagen müssen, bis auf Sonderfälle, wo es ganz praktisch ist, das doch zu wissen, dass es sowas gibt, dass man es benutzen kann, ist immer schön, auch wenn man es üblicherweise nicht braucht. Meistens werdet ihr apt, das Advanced Packaging Tool, verwenden, das ist für die normale Paketverwaltung zuständig, also auch das Herunterladen von Paketen aus dem Internet, Auflösen von Abhängigkeiten zuständig. Das macht es also insgesamt komfortabler. Wir brauchen erst mal eine neue Version von unserem Softwarekatalog. Das stoßen wir paahnd einmal an über apt-get-update. Dann werden aus dem Internet Informationen runtergeladen von den einzelnen Servern. Was gibt es denn da überhaupt? Das mache ich jetzt einmal kurz. Und das funktioniert, wie man hier sieht, nicht sofort, denn ich brauche für den Schritt Root-Rechte unter Ubuntu und Linux Mint, brauche ich dafür sudo-i, um Root-Rechte zu bekommen. Und unter Debian wäre es su-. Aber da ich hier unter einem Linux Mint bin, sieht es dann so aus. Und hinterher steht da auch, dass ich Root bin. Nachdem ich jetzt Root geworden bin, kann ich das jetzt nochmal machen. Und jetzt nimmt es Verbindung auf mit Ubuntu.com und mit dem, irgendwo kommt gleich auch nochmal, Linux Mint Server. Ich habe hier noch den Brave drin. Meine Dodger-Tools sind natürlich auch installiert. Und diese ganzen einzelnen Softwarekataloge, die bei verschiedenen Anbietern, sage ich jetzt mal, rumliegen, werden zusammengezogen und zu einer gemeinsamen Paket-Datenbank quasi auf dem lokalen System verschmolzen, sodass unser Paketmanager hinterher weiß, was gibt es denn quasi überhaupt alles? Was könnte man noch installieren? Wir haben hier jetzt noch ein paar Fehler drin. Das ist auch kein Problem. Das ist in Ordnung, dass es da drin ist. Wir kommen nachher noch ein bisschen zur Sicherheit dazu. Unser APT weiß jetzt, was gibt es überhaupt? Jetzt können wir natürlich mal gucken, was wollen wir denn überhaupt? Wir suchen jetzt einfach mal mit apt-cage-search. So, einfügen. Das könnte ich jetzt wiederum machen ohne Root-Rechte, aber weil ich gleich mal was dazu installieren möchte, ist es ganz praktisch, dass ich da einfach weiterhin Root bin. Ich suche jetzt mal nach Midnight, nach dem Midnight Commander und dann sehe ich hier verschiedene Dinge, wo es drin auftaucht, beziehungsweise es gibt auch irgendwie so Querverweise, dass auch Pakete aufgelistet werden, die nicht unbedingt direkt was damit zu tun haben. Das ist so ein bisschen so wie so eine unscharfe Google-Suche. Man gibt das eine ein und dann bekommt man Seiten zu was anderem, was irgendwie so ähnlich ist, beziehungsweise wo Google meint, das könnte mich auch interessieren. So ein bisschen ist es auch hier so. Wonach ich eigentlich suchen wollte, war hier der Midnight Commander. Das, was mich jetzt eigentlich interessiert, ist das, was am Anfang steht. Das ist nämlich der Paketname, in diesem Fall MC. Dann kommt hier so ein Leerzeichen, ein Minus und nochmal ein Leerzeichen. Aber das allererste ist das, was mich interessiert. In diesem Fall möchte ich das hier installieren und da gibt es dann auch noch so ein zusätzliches Paket, was noch zusätzliche Data-Files enthält, vielleicht Dokumentation oder sonst irgendwas. Aber das hier ist das, was ich haben möchte. Das Runterladen von Paketen und das Installieren geht über apt-get-install und dann kommt der Paketname und ich könnte auch mehrere einzelne Paketnamen hintereinander haben, sodass sie in einem Schritt installiert werden. Wichtig dabei ist, dass ich immer so ein Leerzeichen zwischen den einzelnen Namen drin habe. Wenn ich das jetzt einfach mal ausprobiere mit dem apt-get-install und mc nehme, genau, ist sogar noch nicht drauf, von daher sieht man jetzt mehr. Da bekomme ich jetzt vor der eigentlichen Installation noch einen Überblick. Es wird zusätzlich mitinstalliert, diese Bibliothek und mc-data, also das, was schon so aussah, als ob es wirklich dazugehört. Das wird jetzt einfach mitinstalliert und dann gibt es auch noch Vorschläge für weitere Pakete, die ich mitinstallieren könnte. Das ist wie so eine Empfehlung, sowas wie, Leute, die das gekauft haben, kaufen auch gerne noch das mit dazu. Ich muss das nicht machen. Es wird auch nicht automatisch mitinstalliert, aber da habe ich so einen Hinweis dazu, das könnte vielleicht ganz gut sein, vielleicht hätte ich das auch gerne noch. Und wenn ich das jetzt einmal abbreche über stg und c und denn zum Beispiel aaj noch in die Liste packe, dann wird das auch noch mitinstalliert. Also dann habe ich hier jetzt, wo steht's, da unten die Liste mit den Sachen, die auch wirklich installiert werden und diese Vorschlagsliste, die ist um aaj etwas ärmer geworden, steht nicht mehr drin. Dann haben wir hier auch noch die Übersicht über die Pakete, die neu installiert werden. Vier an der Zahl. Es wird nichts aktualisiert und ja, 225 Pakete sind registriert, installiert in meinem System und ich könnte die jetzt aktualisieren. Das sollte ich hin und wieder auch sowieso tun, aber da es jetzt so ein Testsystem ist, ist es ganz gut, wenn ich das noch nicht aktualisiert habe, denn wir wollen uns auch noch mal angucken, wie es aussieht, wenn man das anstößt. Von daher kann ich jetzt hier noch mal gucken, wie viel heruntergeladen werden und wie viel Platz es nach dem Entpacken braucht. Bin ich damit einverstanden, sage ich J und Enter beziehungsweise Return, dann wird das runtergeladen aus den Repos von den einzelnen Servern. Dann Entpackt haben wir hier drin, geht relativ zügig bei dem Paket, oder bei den Paketen, weil die nicht besonders groß sind und ja, dann werden verschiedene andere Dinge angetriggert, also Skripte, die hinterher noch mal drüber laufen, damit Dinge in den Menüs aufgenommen werden und die Datenbank für Hilfetexte wird aktualisiert und verschiedenes anderes auch. So, jetzt ist die Installation durch und wenn ich jetzt MC eintippe, dann habe ich hier meinen Midnight Commander. Also nur zur Demonstration. Guckt euch das gerne mal an. Ich finde es immer wieder praktisch. Beenden geht hier unten oder falls euer Fenstermanager das nicht schon irgendwie anders ja, konfiguriert hat, beziehungsweise das Terminal, also F10 liegt hier, von daher könnt ihr unten einfach hinklicken, um den zu beenden. Das Aktualisieren haben wir quasi in zwei Geschmacksrichtungen. Wir haben die Variante Installierte Pakete aktualisieren. Das geht mit apt-get-upgrade beziehungsweise wir haben auch noch die Variante Dist-upgrade. Der Unterschied dabei ist, dass bei einem Dist-upgrade zusätzliche Pakete mit installiert werden dürfen. Also wenn jetzt die neue Version von dem Paket A eine neue Abhängigkeit auf B und C hat und B und C sind noch nicht im System installiert, dann würde jetzt das Upgrade sagen, nö, ich behalte die alte Version von A bei, denn ich darf keine neuen Pakete hinzu installieren. Beim Dist-upgrade wäre das allerdings möglich. Ja, genauso auch wie das Gegenteil davon. Beim Dist-upgrade dürfen sogar Pakete wieder deinstalliert werden, wenn irgendwelche Regeln sonst verletzt würden. Man kann nämlich bei den Paketen auch festlegen, dieses Paket funktioniert nur, wenn das andere Paket nicht installiert ist. Gucken wir uns einmal an, was da jetzt passiert. Ich nehme das apt-get-upgrade erst mal. Das ist so die sanftere Variante. Und wenn man jetzt wirklich ein System auch mal aktualisieren möchte von der einen Distributionsversion auf die nächst höhere, dann empfiehlt es sich erst mal ein Upgrade zu machen und anschließend ein Dist-upgrade. Dazu habe ich auch verschiedene Videos gemacht, wie ihr von Debian 10 auf 11 kommt und von 11 auf 12. Da kläre ich quasi diese einzelnen Details auch nochmal. Quasi so. Wahrscheinlich mit sehr ähnlichen Worten, wie ich das jetzt hier tue, weil ich erzähle das immer relativ ähnlich. Aber nehmen wir erst mal das apt-get-upgrade. Da rechnen wir jetzt einmal drüber, welche Pakete sind da, welche müssen jetzt aktualisiert werden. Dann gibt es auch den Punkt hier mit den zurückgehaltenen Paketen. Das würde beim Dist-upgrade mit aktualisiert werden. Aber im Moment sind die zurückgehalten. Also die werden so beibehalten, wie sie auf dem System sind. Dann gibt es auch noch den Punkt hier, Pakete, die automatisch mitinstalliert wurden, aber nicht mehr benötigt werden. Das kann sein, dass wir ein Paket deinstalliert haben, was als einziges eine zusätzliche Bibliothek in einem Paket benötigt. Und wenn wir jetzt dieses Paket entfernen, dann ist diese Bibliothek im System eigentlich bloß noch Ballast, noch Abfall. Und der Paketmanager weiß das und weiß daraufhin, naja, das brauchen wir überhaupt nicht mehr. Das könnte man auch einfach mal wegschmeißen. Und das kann man über apt-auto-remove auch automatisieren, dass man Dinge, die eigentlich keiner mehr braucht, gleich mit wegschmeißt. Ja, hier haben wir die etwas längere Liste mit den einzelnen Paketen, die aktualisiert werden. Und der würde jetzt aktualisieren, 222 Pakete und 3 halt nicht. Und dann kommen wir wieder auf die 225, die dort ja vermerkt wurden. Fast 1 GB müssen wir jetzt runterladen und nach dem Entpacken werden zusätzlich 19,5 MB zusätzlich benutzt. Möchte ich damit jetzt fortfahren? Ja, üblicherweise ja. Denn ich möchte mein System hier aktualisieren. Und dann fängt das an, Pakete runterzuladen. Dauert ein bisschen länger natürlich. Je nachdem, wie gut eure Internetleitung ist, dauert das mehr oder weniger länger. Und dann beim Installieren sieht es denn wieder so ähnlich aus, wie wir es gerade eben schon gesehen haben. Mit dem Entpacken, mit dem Konfigurieren, vielleicht mit diesen Trigger-Skripten, die hinterher drüber laufen. Ja, also der Erkenntnisgewinn ist jetzt nicht so groß. Von daher bricht er es erst mal kurz ab. Und mache stattdessen daraus das Dist-Upgrade. Gucken wir uns da nochmal an, wie das aussehen würde. Da haben wir jetzt wiederum... Das hier wird eigentlich nicht mehr benutzt. Dann haben wir jetzt hier eine längere Liste mit neuen Paketen, die dazu installiert würden. Wenn ich das jetzt über das Dist-Upgrade mache, da sind neue Kernel-Versionen mit bei, die neue Abhängigkeiten haben. Denn in den Paketen steht beim Kernel drin, welche Versionsnummer drin ist, sodass man auch mehrere parallel installieren kann. Und das normale Upgrade darf das halt nicht machen, weil dann würde was zusätzlich installiert werden, was es vorher im System nicht gab, aber das Dist-Upgrade darf es. Dann haben wir unten hier nochmal die Übersicht. 225 werden aktualisiert, sind wir wieder auf die volle Stärke hoch. Und 7 werden neu installiert. Und ja, wir brauchen halt ein bisschen mehr zusätzlichen Platz, weil die neuen Kernel installiert werden. Das Entfernen von Paketen oder einem einzelnen Paket geht sehr analog zum Installieren. Sieht dann so aus. APT-GET, REMOVE, Paketname, noch ein Paketname oder bloß einer. Wenn ich das jetzt mal mache mit meinem Testkandidaten hier, mit dem MC, mit dem Midnight Commander. Und da denn auch, ich sage, weil ich das möchte. So naheliegend steht natürlich dabei, wie viel Platz freigegeben wird, wenn ich das deinstalliere. Und dann könnte ich hier auch gleich noch das hier wieder deinstallieren, denn das Paket MC ist das einzige Paket, was MC-DATA braucht. Und von daher sagt er jetzt, naja, wurde automatisch installiert und das kann eigentlich auch weg. Dann könnte ich natürlich wirklich das mal machen mit dem APT-GET-AUTO-REMOVE. Also hier steht APT-AUTO-REMOVE. Es gibt zwei Varianten davon. Also die ältere und die neue Variante komme ich nachher auch nochmal zu. Also ich mache das hier mit dem älteren, wo ich dann noch ein Minus-GET dazu packe und dann das AUTO-REMOVE anschmeiße. Und da stehen jetzt diese beiden Pakete, die immer angemerkt wurden, als eigentlich brauchen wir die nicht mehr. und über das AUTO-REMOVE lasse ich die jetzt wirklich mal entfernen. Das mache ich in diesem Fall jetzt auch mal. Das geht ja relativ schnell. Und ja, dann habe ich wieder ein bisschen mehr Platz frei. Nochmal hier was gewonnen. Neben den einzelnen Paketen, die ich so angeben kann, beim Installieren, gibt es auch Paketgruppen. Die kann man sich über Tasks-Sell-List-Tasks anzeigen lassen. Was ich mal so mache. Dann habe ich es noch nicht mal installiert. Also Tasks-Sell gehört nicht unbedingt mehr zum Installationsumfang mit dazu. Also von daher schnell einmal nachinstallieren. Und gucken wir gleich einmal rein, was es da so alles gibt. Da haben wir jetzt verschiedene Profile quasi, die eine Paketzusammenstellung für verschiedene Zwecke enthalten. Also sowas wie hier Desktop. Eine Debian-Desktop-Umgebung, wo so ein Bündel an verschiedenen Paketen geschnürt wurde. Ja, dann gibt es das auch für GNOME, für XFCE, für KDE, Cinnamon und auch für einen Web-Server, für SSH-Server und eine Zusammenstellung, die für Laptops gedacht ist. Üblicherweise wird das beim Installieren von einem Debian angezeigt, diese Liste. Und dann kann man sich aussuchen, wie man das System grundlegend einrichten möchte. Beim Linux Mint sieht man diese Liste nicht. Also da wird man nicht nach gefragt, sondern je nachdem, welches ISO man runtergeladen hat, bekommt man jetzt einen XFCE-Desktop, einen Mate-Desktop eingerichtet oder einen Cinema-Desktop so eingerichtet, wie die das meinen, dass es richtig ist. Möchten wir jetzt so eine Paketgruppe installieren, machen wir das über Task-Sale-Install und dann, wie die Paketgruppe heißt, zum Beispiel Laptop und dann werden diese Pakete installiert. Nachdem wir Software installiert haben, brauchen wir eigentlich die Paket-Installations-Dateien, also diese .deb-Dateien nicht mehr, denn die Software ist ja bereits installiert, aber die liegen auf der Platte noch rum und verbrauchen unnötig Platz. Irgendwann werden die auch mal gelöscht, aber wenn wir den Platz jetzt gerne sofort wiederhaben möchten, dann machen wir das über ein apt-get-clean. So, und dann sind wir diese Dateien los und je nachdem, wie viel wir da jetzt runtergeladen haben, also bei dem Dist-Upgrade waren wir mit einem Gigabyte lustig mit dabei und dieses eine Gigabyte mit den Paket-Dateien, die liegen halt weiterhin da rum, aber brauchen wir ja eigentlich nicht mehr. Von daher apt-get-clean hinterher. Ich hatte es ja bereits schon mal kurz erwähnt, ich habe immer apt-get bzw. apt-cage genommen, aber es wurde ja auch vorgeschlagen, nur apt zu verwenden. Viele von diesen Parametern, die es so gibt, wie install, remove und so weiter, kann man sowohl mit dem Einzelnen, also mit apt-get oder apt-cage, wenn man jetzt search, also was sucht, nehmen, oder man kann auch das kombinierte apt-Kommando verwenden, wobei das die modernere Variante ist, die aber nicht unbedingt besser ist. Es sieht anders aus, je nachdem, welches Kommando ihr darauf anwendet, von der Ausgabe her, also es kommt darauf an, was man haben möchte. Gucken wir uns das einfach mal exemplarisch mit dem Paket Vim an, was wir da so haben. Wenn wir jetzt mal suchen, was ist die Ausgabe von dem apt-cage-search? Einfach nur mal so grob gucken, mal auf sich wirken lassen, sieht so aus. Und wenn man das jetzt über das Neuere macht, über das apt-search-vim, und dann, ich füge das einfach mal ein, so, sieht man noch nicht, da ist es, dann bekommen wir was anderes. Also es sieht halt vollkommen anders aus. Also die Optik ist eine andere. Wir haben sogar hier die Hervorhebung von dem Stichwort, was wir gesucht haben. Wir haben hier noch so ein P davor und da haben wir die, ja, die Informationen über das einzelne Paket. Wenn ich das jetzt ein bisschen kleiner mache, dann sieht man, nee, sieht man nicht unbedingt mehr. Aber wenn das jetzt ein bisschen kleiner wird, dann passt auch mehr drauf. So. Also es sieht grundlegend anders aus, macht aber prinzipiell dasselbe. Bloß anders. Wo ist das jetzt relevant für, wie es aussieht? Also wenn ihr das Ganze jetzt in einem Skript verwendet, wenn ihr jetzt da ein, noch mal ein Grab drüber jagt oder irgendwas anderes Tolles damit macht, dann müsst ihr euer Skript, was die Ausgabe, die wir gerade gesehen haben in der Shell weiterverarbeitet, natürlich in eurem Skript so machen, dass es halt dazu passt. Also ihr könnt jetzt nicht einfach euer Skript nehmen, wie es vorher war und aus dem apt-Cage-Search ein apt-Search machen. Das wird nicht funktionieren, weil die Ausgabe halt eine komplett andere ist, auch wenn sie für euch als Menschen einen relativ ähnlichen Informationsgehalt hat. Also ihr müsst euch vorher entscheiden, was ihr gerne haben möchtet. Damit apt weiß, von wo Pakete heruntergeladen beziehungsweise auch kopiert werden können, werden so Paketquellenlisten gepflegt. Also es gibt die Variante alles in eine Datei, da gibt es auch eine Sammeldatei, die heißt etc. apt-Sources-List oder man kann zusätzlich auch Dateien unter dem Verzeihnis hier ablegen, also das heißt den Sources-List.d und darin befinden sich einzelne Textdateien, die mit der Endung Punkt-List aufhören. Das sind einzelne Textdateien, in die diese Paketquellen-Informationen eingetragen werden. Und bei einem apt-Update oder apt-Get-Update guckt apt diese einzelnen Dateien durch und schaut danach aha, da kann ich noch mal den Server fragen, eine neue Version von meinem Software-Kategolog runterladen und das in meinen Gesamtindex aufnehmen. Ich habe hier beispielshalber mal so eine Zeile rausgenommen, damit ihr mal seht, wie das grundlegend aussieht. Das ist so eine Zeile für ein Debian und Bookform, die Variante 12 und so sieht das aus, eine von diesen Zeilen. Die beginnt mit DEP. Wenn da nur DEP steht, dann bedeutet das, dass es eine Paketquelle mit Binärpaketen ist, also die direkt für die Architektur eures Rechners da ist, also die schon kompiliert wurden vom Debian-Projekt in diesem Fall. Und da sind auch diese All-Pakete mit drin. Also alles, was für euch passt, das liegt da so drin. Und dann gibt es auch noch die Variante DEP-SRC. Da ist denn der Quellcode so vorbereitet, dass ihr den auf eurem System einfach kompilieren könnt. Braucht ihr üblicherweise eigentlich nicht, aber im Falle eines Falles ist es gut zu wissen, dass es so etwas gibt. Neben der Angabe von dem Server, worauf das Ganze liegt, also das hier in diesem Fall, gibt es denn die Angabe von dem Release, von der Version von meinem Debian hier, in Bookform. Da steht denn dieser Codename drin. Bookform ist halt Debian 12. Und dann sind hier aufgelistet die einzelnen Unterzweige, die es so gibt. Da gibt es zum Beispiel Main. Das ist Software, die ausschließlich freie Software ist und die fest zur Distribution gehört. Dann gibt es das Gegenstück. Nunfree, das ist nicht freie Software. Also sowas wie Nvidia Grafiktreiber zum Beispiel ist nicht freie Software. Es gibt auch jetzt neu bei Debian 12 Nunfree Firmware, also Firmware, also diese Binär Blobs, um irgendwelche Sachen zum Laufen zu kriegen. Die sind da auch mit drin und die sind in einem extra Zweig. Und dann gibt es auch noch Contrip, wo eigentlich freie Software drin ist, die aber Abhängigkeiten zu Softwarepaketen hat, die nicht frei sind. Ja, und so sind die einzelnen Teile aufgelistet, was wohin gehört, nach dem Freiheitsgrad letztendlich. Man könnte jetzt diese Punkte auch alle weglassen und hat hinterher ein Debian System, was nur freie Software enthält, wenn ihr aus den anderen Punkten nichts installiert habt. Das Debian Projekt unterscheidet zwischen frei und nicht frei relativ rigoros. Da gibt es die Debian Free Software Guidelines, die genau beschreiben, wann eine Software als unfrei gilt oder wann sie halt frei ist. Guckt da gerne rein. Link ist halt in den Folien drin. Die Folien sind unten in der Videobeschreibung verlinkt. Also guckt da gerne mal vorbei, wenn euch das weiter interessiert. So eine Paketquellenliste besteht ja nicht nur aus einer Zeile, sondern aus mehreren Zeilen. Und da habe ich jetzt mal so verschiedene Zeilen zusammen kopiert, um euch das mal ein bisschen zeigen zu können. Also das haben wir ja schon gesehen, wie das aufgebaut ist. Dann gibt es vielleicht auch noch was anderes hier. Security mit, ja, für Bookworm und auch wieder diese einzelnen Zweige drin. Und eine Beispielzeile für die Quellcode-Pakete sieht dann so aus. Ist quasi so wie das hier oben, bloß dass da dep-src steht. Neben Quellen aus dem Internet können wir auch direkt auf unserem System hier eine lokale Paketquelle anlegen. Da sind denn die einzelnen Debian-Pakete mit Verwaltungsinformationen abgelegt. Und da sagen wir statt HTTP beziehungsweise HTTPS File und den Pfad dahin. Und dann haben wir auch wiederum hier Bookworm und so weiter. Bloß dass es halt lokal ist und nie aus dem Internet gelesen wird. Falls man das Ganze über einen ISO installiert hat, dann ist hier auch noch so eine Zeile drin, die nach dem Installieren üblicherweise auch wieder deaktiviert. wird. Aber da steht dann drin CD-ROM quasi Anleihen an früher. Man könnte diese Zeile aktivieren und dann, wenn man jetzt so ein APT-Update macht, würde dann da stehen, lege bitte CD mit dem Namen Dingsbums hier ein und dann läuft das Laufwerk hoch. Dann liest APT diese Verwaltungsinformationen ein und übernimmt die in Index. Und wenn man jetzt was installieren möchte, dann kann man das auch von der CD oder DVD machen. Ist heutzutage eher ungewöhnlich, aber im Falle eines Falles könnte man sowas noch verwenden. Kommen wir zum Thema Sicherheit. Pakete können irgendwie verfälscht werden auf dem Weg vom Server zu euch, von daher sind die signiert und durch Schecksummen abgesichert. Diese Verfälschung kann sowohl eine bewusste Manipulation durch so einen Angreifer, der sich irgendwie in eurer Übertragung dazwischen klingt oder auch durch fehlerhafte Übertragung zustande kommen. Also wenn mal Datenpaket auf dem Weg verloren geht, dann stimmt das irgendwie nicht. Also von daher ist auf diese Art und Weise sichergestellt, dass so ein Paket auch wirklich so bei euch ankommt, wie es der jeweilige Maintainer auch zusammengebaut und signiert hat. Das funktioniert über eine Datei, die Release heißt und diese enthält die Checksummen über die Paket Index Dateien, die in einer Datei Packages vermerkt sind. Und diese Packages Datei, die gibt es an einer komprimierten oder in mehreren komprimierten Varianten mit verschiedenen Kompressionsalgorithmen und auch eine unkomprimierte Datei. Und das Ganze ist wiederum über Checksummen abgesichert über alle Pakete. Gucken wir mal rein, was da so drinsteht in dieser Release Datei. Da haben wir jetzt die Auflistung mit den einzelnen Packages Dateien. Da steht die Hash Summe, also der Hashwert, diese Checksumme drin. Einmal hier für MD5, dann für SHA 1, SHA 256 und SHA 512. Und neben dieser Packages Datei, also die Checksummen gibt es für die verschiedenen Algorithmen, für die selbe Datei und dann gibt es noch die komprimierte Variante mit Bzip2 Kompression und Gzip Kompression. Dann haben wir auch noch die Release Datei, gucken wir uns gleich auch nochmal an. Also das steht da so drin und das habe ich jetzt beispielsweise mal genommen von meinem M23, von meinem Software Verteilungssystem, wie das dafür so aussieht. Dann haben wir die Packages Datei und die unkomprimierte Variante sieht so aus. Da sehen wir jetzt Informationen, die wir so ähnlich auch schon mal über dpkg gesehen haben. Mal das mal größer. Also sowas wie der Name des Pakets, die Versionsnummer, die Architektur, der Maintainer, die Installationsgröße, Abhängigkeiten und neu dabei ist, wie die Datei heißt. Also das ist wichtig, damit apt auch wirklich auf dem Server nachgucken kann, wie heißt eigentlich die Paket Datei. Da steht da noch mal drin und dann haben wir auch nochmal Hash Summen und das hier ist wieder so ähnlich wie man es kennt. Das einzelne Paket ist selbst durch diese Hash Summe abgesichert und alle Paket Informationen sind erstmal hier in dieser Datei drin. Und diese Datei selbst ist ja nochmal durch die Release Datei gesichert. Das Ganze könnte man zwar immer noch wieder modifizieren, indem man jetzt einfach diese Hash Werte neu berechnet, nachdem man da irgendwelche bösartigen Änderungen vorgenommen hat. Darum wird das Ganze auch nochmal mit einer GPG Signatur abgesichert, so dass man gucken kann, ob sich da was verändert hat. Da gibt es zwei Varianten von dieser von der Release Datei die wir schon gesehen haben genommen und durch eine GPG Signatur erweitert. Das sieht denn so aus. Den Bereich hier kennen wir schon. Dann ist da drumrum so eine PGP Signatur heißt es obwohl ja GPG hier verwendet wird. Das Ganze ist über eine Hash Summe abgesichert und das Ganze ist unten hier nochmal durch die Signatur abgesichert. Das ist so ein kryptographisches Verfahren so dass sich da auch keiner zwischen klinken kann und das modifizieren kann. Es sei denn da hat es geschafft von dem Maintainer den privaten Teil dieses Schlüsselpaars zu kriegen. Dann ist es möglich oder mit wahnsinnig viel Rechenaufwand wird es wohl auch irgendwie gehen. Aber es ist erst mal relativ unwahrscheinlich dass eine Manipulation stattfinden kann weil der Rechenaufwand wahnsinnig hoch ist. Dann gibt es noch die andere Variante mit der Release . GPG die enthält wirklich nur die GPG Signatur und nicht den Inhalt der in der Release Datei drin steht. Das sieht dann so aus. genau dasselbe was wir gerade eben schon gesehen haben was in dieser kombinierten Variante am Ende dran klebte. Damit der APT auch weiß welchen Quellen und welchen Signaturen es vertrauen soll müssen wir ihm was noch irgendwie beibringen. Also der öffentliche Teil der Signatur Schlüssel Paas den kann man runterladen und dann anschließend importieren beziehungsweise auch als Datei direkt benutzen. Wenn man jetzt ein Debian Ubuntu oder Linux Mint installiert dann ist diese Signatur für die eigenen Paketquellen schon aktiviert aber wenn man jetzt zusätzliche Paketquellen hinzufügt dann muss man eventuell den Signaturschlüssel für diese Quelle nochmal per Hand hinzufügen. Bei Ubuntu und Linux Mint gibt es dieses PPA System das automatisiert das Ganze. Falls es das nicht geben sollte unter Debian zum Beispiel dann ist hier die Variante wie man das Ganze per Hand zu Fuß macht. Wir schlüsselt von dem Maintainer dem müssen wir natürlich vertrauen dass das alles in Ordnung ist und dann laden wir diese Datei runter ich nenne sie hier einfach mal repo.asc Wir haben die alte Variante die allerdings immer noch funktioniert die wird so ein bisschen angemeckert wie wir vorhin schon mal gesehen haben wenn man das wirklich weiterhin so macht funktioniert aber noch unter Debian 12 vielleicht nehmen sie ist bei 13 raus oder bei 14 mal gucken da funktioniert so dass man über apt key add und repo.asc diesen schlüssel importiert und dann ist alles gut dann ja also oder es sollte gut sein dann gibt es so eine information ok dann ist das auch ok ansonsten gibt es eine fehlermeldung mit da hat irgendwas nicht funktioniert müsst ihr genau lesen was da steht danach ein APT Update machen und dann könnt ihr die neuen Pakete auch verwenden also ihr habt natürlich vorher in der Paket Quellenliste die neue Quelle hinzugefügt und danach den Schlüssel importiert und dann könnt ihr es nach einem APT Update oder APT Get Update auch verwenden was drin ist die neue Variante sieht das ein bisschen anders vor anstelle das über so eine globale Datenbank abzusichern oder durch hier APT Key zu importieren wird es jetzt anders gemacht also man schreibt letztendlich als Teil dieser Paket Quellenliste vor den jeweiligen Eintrag also bevor das mit HTTPS und so weiter losgeht wo sich die Signatur Datei befindet also mit der eckigen Klammer hier Sign By und dann gleich voller Fahrt bis zu der Datei und dann wieder zu da kann man allerdings nicht diese ASC Variante nehmen das ist die ASCII Variante also die für uns mehr oder weniger lesbare Variante mit Buchstaben sondern APT hätte gerne eine Binär Form davon kann man leicht umwandeln kein Problem dafür nehmen wir das Programm GPG und dann mit minus minus die Amor dann nehmen wir dieses ASCII drumrum gebastle weg und wandeln das in die Binär Form um und das füttern wir mit unserer Repo ASC das geben wir ein in das GPG mit dem mit dem Pfeil dann wird diese Datei eingelesen quasi so in die Zwischenablage gepackt und dann ein GPG verfüttert und die Ausgabe von dem GPG schreiben wir dann zum Beispiel in diese Datei rein und dann hinterher tragen wir das in unsere Sources List oder unter sources list .d .irgendwas .list ein Die ganzen Informationen die wir über dpkg APT irgendwas auslesen und anzeigen lassen können müssen ja irgendwo abgespeichert werden Darum speichert die Paketverwaltung an verschiedenen Stellen Zustandsinformationen zum Beispiel in dieser Datei hier wie gerade der aktuelle Stand der Pakete auf dem System sind bzw. waren also das haben wir vorhin ja schon gesehen dass es einige Pakete gibt wo die install stand oder die install die entfernt wurden was also heißt dass es mal drauf war aber jetzt nicht mehr ist das ist diese Datei hier gucken wir einmal kurz rein was da so drin steht und ja also man sieht schon so ein allgemeines Schema dabei also wir haben wiederum diese Informationen hier wie heißt das Paket was ist der Status das ist das was wir vorhin gesehen haben und Priorität Maintainer Abhängigkeiten Beschreibung und so weiter und so fort und das steht halt für alle Dateien die mit dem System in Berührung gekommen sind und die wir nicht gepurcht haben also wenn ich ein Perch mache dann ist es auch aus dieser Informationsdatei komplett raus dann haben wir hier dieses Verzeichnis dann haben wir hier dieses Verzeichnis dort sind verschiedene Dateien drin also Skripte diese Depconv Dialoge Dateilisten mit Checksummen und vieles weitere was aus Paketen kommt also aus diesem Debian in großgeschriebenen Verzeichnis was im direkten Paket drin ist und da gucken wir auch einmal rein so und da sieht man jetzt relativ viel also jedes Paket bringt da was mit dazu und und viele von den Paketen nicht nur eine Datei sondern eben mehrere von denen wenn wir einfach mal reingucken was es hier gibt da bei ZFS keine Ahnung was es genau macht aber nehmen wir einfach mal als Beispiel da gibt es zum Beispiel hier Conf Files da ist dann noch vermerkt dass es Dateien gibt die vom Maintainer festgelegt wurden als Konfigurations Dateien und die werden ein bisschen anders behandelt als die Dateien die einfach bloß so installiert werden also da läuft dann noch so eine Routine drüber wenn man jetzt das Paket aktualisiert dann wird ein Diff drüber gemacht und dann wird geguckt ob es eventuell händische Änderungen an dieser Konfigurationsdatei gegeben hat und da kann man sich dann entscheiden ob man die aktuelle Version von dieser Konfigurationsdatei einfach weiter behalten möchte ob man die Maintainer Variante haben möchte man kann sich Unterschiede angucken oder Paand editieren da gibt es viele Informationen und das gilt nur für Dateien die im Paket als Conf Dateien also Konfigurationsdateien markiert wurden dann haben wir hier die Liste mit den Dateien die zu dem Paket dazugehören dann haben wir hier Checksummen über die einzelnen Dateien auch nochmal also das ist alles wirklich mit Checksummen so durch gesichert also wirklich das ist so eine Absicherungskette auf unterste Ebene sind die Checksummen für die einzelnen Dateien dann das ganze zusammen für das einzelne Paket und dann für diese Indexdatei in der auch nochmal wiederum die einzelnen Pakete aufgelistet werden und außen drum kommt die Signatur also wir haben so eine Absicherungskette dabei und an keiner Stelle darf irgendeine Checksumme nicht funktionieren sonst haben wir einen Fehler dann gibt es ja noch das Post Inst also nach dem Installieren wird dieses Skript aufgerufen und das ist ein Bash Skript wo ja alles mögliche drinsteht wie das zu konfigurieren ist also das macht irgendwelche tollen Einstellungen im System wirst ihr euch normalerweise auch nicht mit rum ärgern also das hat jemand anders schon feucht gemacht genauso ist es auch bei den anderen Varianten Post RM Preinst und Pre-RM das ist so ein Überblick über das was so ein Paket alles mit bringen kann also es ist relativ vollständig Triggers da kann man jetzt noch festlegen dass nach dem Installieren noch weitere Konfigurationsstritte durchlaufen vor allem bei Debian aber auch so ein bisschen bei Ubuntu und Linux Mint kann man auf einem System mehrere Architekturen gleichzeitig quasi verwalten lassen vom Paketsystem also zum Beispiel wenn ich jetzt Wine habe brauche ich eventuell noch 32 Bit Bibliotheken damit ich auch ältere Programme darauf laufen lassen kann und dann wird eine 32 Bit Version von einer Bibliothek installiert und die 64 Bit Version die ihr ja höstwahrscheinlich in eurem aktuellen System sowieso verwendet ja also die sind beide gleichzeitig da und wenn man jetzt hier mal reinguckt gibt es dort denn die Liste von den unterstützten Architekturen gucken was hier aktiv ist also hier ist sogar beides aktiv AMD 64 ist also für x86 64 Bit Systeme und das hier wäre für x86 32 Bit Systeme also beides mal PC in der 64 Bit neuen Variante und in der 32 Bit alten Variante da steht da auch so drin auch noch interessant es gibt eine Datei wo die ganzen Konsolen Ausgaben von vergangenen APT Aufrufen drinstehen das sieht dann so aus also hier sind auch wirklich diese Steuercodes mit drin wo diese Prozentanzeige immer hoch gedreht wird also hier steht 5% 10 und so weiter und dieses bedeutet das wieder an den Anfang zurück gesprungen werden soll damit ihr nicht x Zeilen mit weiteren Prozentzahlen drin habt sondern immer in der selben Zeile aktualisiert wird also dafür steht dieses Dach M ja und dann steht das so wie wir es vorhin schon so ein bisschen gesehen haben in der History Log können wir auch noch gucken wie wir APT die letzten Male aufgerufen haben beziehungsweise wie lange sowas gedauert hat Start und Endzeit und was wir damit wollten und das sieht dann so aus also genau hier habe ich denn vorhin apt get install midnight commander und aj installiert und das hat dann angefangen war dann fertig und es wurde das hier alles installiert und ja der Benutzer der es aufgerufen hat war Test in meinem Fall beziehungsweise mit Sudo habe ich mehr Root Rechte geholt und das steht dann auch nochmal mit drin wenn ihr an einem System so ein bisschen rum bastelt und Paket Quellen hinzufügt die vielleicht nicht ganz so toll mit eurem System abonnieren kann es dazu kommen dass Installationen abgebrochen werden zum Beispiel wenn jetzt zwei Pakete dieselbe Datei beinhalten dann funktioniert das nicht gibt die Installation ab zum Beispiel wenn ihr jetzt ein Debian Paket aus einer Depp Datei installiert habt über hier dpkg minus i unter den Namen von dem Paket und das braucht zusätzliche Abhängigkeiten die noch nicht installiert sind kann dpkg das ja nicht selbst machen das läuft also auf den Fehler damit ihr jetzt den Zustand von eurem Paket Verwaltungssystem wieder glatt zieht dann könnt ihr hier machen apt minus get install minus f ohne weitere Paket Namen dahinter oder sonst irgendwas wirklich bloß so kurz und dann sieht apt aha da haben wir ein Paket das ist so halb installiert lässt sich aber nicht vollständig installieren weil noch Abhängigkeiten fehlen und dann würde dieser Aufruf sagen naja also wir können das jetzt wieder lauffähig machen wenn wir jetzt noch folgende Bibliotheken hinzu installieren sollen wir das mal machen und ja das solltet ihr in dem Fall eigentlich auch immer tun und dann habt ihr wieder einen glatten Installationsstatus und dieses Paket ist dann hinterher auch vollständig installiert wenn wir jetzt uns was ganz blödes zusammengerührt haben also wirklich Paket Quellen die nicht so gut zusammenpassen wo zwei Pakete wirklich dieselbe Datei enthalten was ja eigentlich nie der Fall sein sollte aber in der Realität kommt das selten vor aber im Falle eines Falles und wenn man wirklich genau weiß was man will es einen sehr 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 triftigen Grund dafür gibt das zu tun dann kann man hier dpkg i was ja das normale installieren wäre mit dem Namen der Paket Datei und dann ein minus minus force minus all dazu packen und dann überschreibt dpkg gnadenlos vorhandene Dateien die anderen Paketen gehören ja also wirklich nur der letzte Lösungsansatz wenn alles andere nicht funktioniert und debian Paket Dateien findet ihr nach dem runterladen was er normalerweise macht in diesem Verzeichnis und dann könntet ihr das hier nehmen und dann den Pfad da anfügen und den Namen der Paket Installations Datei um was zu installieren was sich eigentlich nicht installieren lässt kann man alles machen aber ihr müsst wirklich wissen was ihr damit tut oder falls ihr euch da nicht rantraut könnt ihr gerne mich fragen ich bitte ja verschiedene Services an unter anderem auch sowas problemlösung aller art für den linux und open source bereich das war es dann auch für dieses mal mit linux begreifen also einen blick hinter die kulissen dabei mit sehr vielen informationen dabei ich hoffe es hat euch geholfen oder selbst wenn ihr es jetzt nicht brauchen solltet behaltet es gerne im hinterkopf und dann erinnert ihr euch vielleicht im Falle eines falles daran da war doch mal was macht es natürlich gerne nach lasst es bleiben installiert software anders es gibt ja verschiedene wege wie man das machen kann und hierzu wird es noch mal einen weiteren teil geben ich weiß noch nicht wann ich dazu komme denn das ganze heißt ja 2a also es ist die folge 2a es wird noch jetzt folge 2b gehen denn ich habe noch ein paar sachen die ich jetzt hier nicht unterbringen wollte ist jetzt schon relativ lang und die durchaus noch interessant sind natürlich gerne abonnieren Glocke drücken und ja wenn ihr Dienstleistungen braucht von mir dann wisst ihr ja wo ihr mich findet bis dann und tschüss